Hallo, mein Freund. Guten Tag! Heute machen wir eine Ballastunde. Ich ziehe mein passendes Auto da und zeige Ihnen die T-T-Tanz. Das ist sehr schwierig. Ich muss mich eben ein bisschen dehnen. Und dann, ihr müsst so ganz schnell in der Luft soll machen und dabei Trittiti schreiben. Seid ihr bereit, Freunde? Ja! Okay. Trittiti! 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 Und dann kommt jetzt mein개를 an Kathrin. Hallo. Das Didi-Di nicht vergessen. Didi-Di-Di. Didi-Di. Didi-Di. Ja, das war schon... Didi-Di. Das war schon sehr gut. Aber schaffst du auf den Da-Da-Da. Das ist so. Muss man. Zum Üben könnt ihr erst mal so machen. Und dann müsst ihr das so in der Luft schaffen. Dabei... Seid ihr bereit, Freunde? Ja! Okay. Jetzt kommt mein Schüler. Schneller. Okay, dann habe ich jetzt eine kleine Kür vorbereitet. Die zeige ich euch. Aber dazu brauche ich mein schicker Mann-Outfit. Damit ihr auch richtig heiß sein könnt. Seid ihr bereit, Freunde? Ja! Okay, das war's. So tanzen die Profis. Das war's.